Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich habe umgebaut. Wurde auch langsam mal Zeit, ich hatte hier echt wenig Platz, weil ich auch eine Menge zum Reviewen bekommen habe. Und das wird heute auch wieder so ein Video, aber erst will ich euch noch was zeigen. Wir haben hier unseren Discord-Server. Wenn ihr eine Config braucht, in irgendeiner Form, wir erstellen euch Geilzeitslisten, wir holen euch Angebote rein bei Dubaro oder Crotus oder so, dann geht ihr einfach hier auf Config-Anfrage, dann macht ihr hier ein Ticket auf und dann sind hier schon mehrere Tickets, ihr seht es ja hier schon, und dann werden die bearbeitet. Dann müsst ihr halt die Fragen beantworten, die hier oben drin sind, zum Beispiel wie hoch ist das Budget und so weiter, und dann werden die schön brav beantwortet und dann erstellen wir euch schön eine Geilzeitsliste oder ein Angebot von irgendeinem Systemintegrator oder so. Natürlich alles kostenfrei, überhaupt kein Problem, joint einfach unseren Server. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da es sich des Öfteren gewünscht worden ist, dass wir jetzt auch mal irgendwie Timestamps in die Videos machen, also zumindest in dieser freigedrehten Videos, weil bei den anderen sind halt Timestamps drin, wird das hier genauso sein. Wir werden uns zuerst die Wasserkühlung angucken, und zwar geht es heute um die Deepcool LS720. Das ist eine 360er Wasserkühlung mit RGB-Beleuchtung, pipapo, die schauen wir uns gleich an. Und die ganze Geschichte, ihr seht schon, sind zwei Stück, komme ich gleich zu, bauen wir in das TG7M von Sharkoon. Hier haben wir auch nochmal die Beschreibung, auch Link in der Videobeschreibung, ganz klar. Und da bauen wir natürlich auch ein funktionierendes System ein, pusten dann auch schön wieder mit dieser E-Zigarette rein, schauen wie der Airflow ist, wie das System ist, machen Belastungstests, pipapo. Und nochmal zum Thema, warum sind das zwei Stück? Ganz einfach, eine davon könnt ihr gewinnen. Wie werdet ihr dann im Video noch erfahren? Also ich mache es ja immer so, dass ihr dann einfach kommentiert und nicht einfach nur Hallo oder so reinschreibt, sondern wirklich einfach hergeht und dann einen schönen kleinen Text verfasst in den Kommentaren und ein Däumchen nach oben gebt und dann könnt ihr die halt gewinnen. Wird dann nach sieben Tagen ausgelost auf meinem Twitch-Account. Wenn ich dann live bin, werde ich dann dementsprechend den Gewinner auslosen und natürlich in den Kommentaren nochmal bekannt geben. Hier haben wir unser altbekanntes Setup, der Ryzen 5800X, der ja ziemlich schwierig zu kühlen ist aufgrund des Chip-Designs und das Aorus Elite X570 Board. Da packen wir gleich die Wasserkühlung drauf, eine 2060 Super tun wir da noch rein, ein bisschen RAM ist klar, die SSD und alles liegt auch schon bereit. Und dann schauen wir uns gleich mal die Temperaturen der Wasserkühlung an. Und jetzt kommen wir zuerst zur Wasserkühlung. Wie gesagt, wen das Gehäuse interessiert, sobald wir da was einbauen, einfach die Timestamps nutzen. Kommen wir erstmal zu der Wasserkühlung. Ja, der Karton ist einfach nur riesig. Die werden normalerweise deutlich kleiner verpackt, aber das ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Schauen wir uns erstmal die Specs an. Also das passt auf jeden Fall für Intel LGA 2066, 20L, V3. Dann haben wir 1700, ganz wichtig, aktuelle Generation. Also die ganzen Z690, B660 Boards und so weiter. Sockel 1200, 1151, 1150, 1155, AMD. Natürlich AM5 Support mit dabei, AM4 auch mit dabei. AM4 bauen wir ja gleich. Der Radiator ist aus Aluminium. Natürlich gibt es Kupferradiatoren, aber wir werden es gleich einfach an den Temperaturen sehen, wie das Ding mit dem Prozessor umgeht. Ansonsten haben wir noch adressierbare RGB-Beleuchtung und 3-Pin-Anschluss. Kennen wir alle schon vom Mainboard. Zeige ich euch gleich auch noch. Wir bauen das, wie gesagt, jetzt erstmal auf AMD auf. Intel-Hardware habe ich jetzt nicht mehr hier. Das von Dubaro habe ich schon wieder zurückgeschickt. Und wir testen jetzt einfach nur auf dem AMD-System. Reicht ja auch, sonst wären die Videos auch zu lang. Wir können auf jeden Fall sagen, wenn das Teil ein Ryzen 5800X stemmen kann, kann er auch ein 5900er oder 5950X stemmen. Beziehungsweise auch zum Beispiel ein 12600KF oder ein 12700K. Das sollte dann alles funktionieren. Je nachdem, wie die Temperaturen sind. Wir werden es gleich sehen. Wenn wir uns den Inhalt anschauen, haben wir hier ganz normal das Zubehörpaket, wo diese ganzen Halterungen und so weiter drin sind. Hier ist der Pumpenkopf, natürlich der Schlauch, die vier Lüfter. Und hier haben wir den Radiator. Was ich ein bisschen schade finde, bei der Verpackungsgröße hätte ich erwartet, dass die Lüfter schon vormontiert sind. Arctic zum Beispiel macht das so. Hier ist es nicht so. Gut, müsst ihr halt zwölf Schrauben da reinballern. Äh, kostet ein bisschen mehr Zeit. Es ist jetzt nichts besonders schlimm. Nur ich finde es halt angenehmer, wenn die schon vormontiert sind, gerade wenn das Paket eben so groß ist. Ich habe jetzt einen so einen Lüfter mal ausgepackt. Ja, es ist halt ein Lüfter. Was soll man dazu sagen? Ist von Deepcool. Fühlt sich eigentlich relativ wertig an. Ist jetzt nicht so ein Wabbelplastik. Ist ja auch hier noch mit Gummi behaftet. Das heißt, die Schwingungen werden ein bisschen gedämpft. Müssen wir uns gleich mal anschauen, wie laut die werden. Ich werde natürlich auch ein Dezibel-Messgerät dann daran halten. Jeder Lüfter ist auch nochmal in so einer Plastikverpackung, so einem Zipbeutel. Ja, natürlich ist das ganz nett. Kommt keine Kratzer dran und so. Wie gesagt, wären sie vormontiert gewesen, hätte man sich die ganze Plastik-Scheiße auch irgendwo sparen können, weil das ist halt echt viel Verpackungsmaterial. Aber so ist es jetzt halt. Was ich übrigens noch sagen wollte, ich mache diese Videos immer freischnauze. Ich habe kein Skript. Ich gucke mir die Sachen vorher nicht an. Natürlich gucke ich mir die technischen Specs an, aber ich rede immer freischnauze. Wenn wir uns jetzt hier den Pumpenkopf mal anschauen. Der ist ganz schön fett, ne? Also der ist schon ziemlich dick. Dafür, dass er jetzt kein Display oder so hat. Ist jetzt auch nicht so natürlich schlimm. Platz genug im Gehäuse ist auf jeden Fall. Auch wenn ihr jetzt ein normales Gehäuse habt, das wird schon ausreichen, weil nach vorne hin ist halt nichts. Finde ich aber schon krass. Es gibt deutlich flachere. Wenn man sich so eine Arktik mal anguckt, der ist auch ein bisschen flacher. Aber gut, so ist es jetzt halt. Hier unten ist Wärmeleitpaste schon voraufgetragen. Die werden wir auch nutzen, weil ich hätte zwar noch MX4 oder so hier oder andere, aber die werden wir nutzen, damit wir gleich diesen Test machen können. Von vorne haben wir wieder Folie. Ist natürlich spiegelglatt, das Ding, ne? Okay, hier ist noch eine Folie drauf. Alles klar. Oh, herrlich. Das sieht geil aus. Das gefällt mir tatsächlich. Boah, guck mal, wie das spiegelt. Ich könnte sogar die Kamera jetzt einfangen. Moment. Da. Da sitzt es dahinter. Da ist die Kamera. Geil. Finde ich gut. Ist, glaube ich, auch RGB beleuchtet. Also auf dem Bild erscheint es auf jeden Fall so. Hier hinter diesen Rillen soll es dann leuchten. Gucken wir uns gleich an. Und hier haben wir halt den Radiator. Ist jetzt nichts Besonderes. Ist ein Standard-Radiator. Natürlich habt ihr hier noch so ein Ausgleichsventil. Das ist, wenn sich zum Beispiel das Wasser da drin ein bisschen erwärmt. Das dehnt sich natürlich aus. Und hier ist so ein Gummifropfen. Der gleicht das dann so ein bisschen aus. Übrigens, was ich ganz oft gefragt werde, nein, ihr müsst die Dinger nicht befüllen. Wenn ihr eine AIO kauft, also eine komplette AIO, so ein Radiator mit Pumpe und so weiter, da ist alles schon befüllt. Macht euch keine Gedanken. Also ihr könnt das wirklich direkt so einbauen. Funktioniert. Wenn wir diesen kleinen Karton reinschauen, findet man einfach nur so eine Anleitung, Information und Support, LS-Series. Da wird wahrscheinlich einfach nur beschrieben, wie das montiert wird. Gucken wir auch gleich mal rein. Das hier finde ich ganz lustig. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist so ein Stecker, um den hinterher hier so auf diese Pumpe drauf zu machen, falls man da irgendwie was Eigenes drauf machen möchte. Sieht man selten, dass sowas dabei ist. Keine Ahnung, was die Idee dahinter ist. Ich schaue mir das nochmal an. Dann haben wir hier einfach nur die Verteilerkabel. Das ist klar, für die ganzen Luffis. Das hier wird einfach das Mount Kit für mehrere Intel-Serie sein, also Order Lake, Raptor Lake und wie sie alle heißen. Und dann haben wir noch viele Tüten in der großen Tüte. Da ist das ganze Montagematerial drin. Haben die da noch Wärmeleitpaste drin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hier haben wir schon mal einen Montagerahmen. Ist der irgendwie bedruckt, was da drin ist? Ne, leider nicht. Also bei einigen steht ja dann immer drauf, ob es AMD oder Intel ist. Hier ist es leider nicht der Fall. Werden wir anhand der Anleitung natürlich herausfinden. Wäre natürlich angenehmer, wenn es schon draufstehen würde. Das sind die ganz normalen Montageschrauben, die dann hinterher auf den Pumpenkopf gesetzt werden. Hier haben wir ganz viele Schrauben einfach nur für den Radiator, um den dann hinterher festzumachen und natürlich die Lüft auf dem Radiator zu montieren. Das lege ich mir schon mal zur Seite. Dann kann ich das nämlich gleich direkt machen. Dann haben wir hier noch eine Tüte. Ich könnte mir vorstellen, dass das AMD ist und das andere war einfach Intel. Schauen wir uns erstmal die Anleitung an. Hier haben wir, klar, Teilebezeichnung, Stückzahl und so weiter. Hier wird dann schon beschrieben, wie zum Beispiel bei LGA 1251, L50 und L55 das montiert wird. Hier sieht man es auch nochmal mit diesem ganzen Abstandshalter. Das kennt ihr alle schon. Das habt ihr schon bei den anderen Reviews gesehen. Das ist jetzt nichts Neues. Hier haben wir das auch nochmal für LGA 1700. Da wird die gleiche Backplate benutzt. Da werden die Schrauben einfach nur nach außen versetzt. Und da wird hier auch nochmal beschrieben, wie das einfach montiert wird. Das erinnert mich ganz stark an die Montageanleitung von dem AK500 und AK400er Luftkühler, die ich euch ja auch mal gezeigt habe. Und jetzt kommt der interessante Part. AMD. Da werden die Brackets entfernt. Diese Brackets sind immer dabei beim Mainboard. Also wenn ihr da sowas kauft, diese Brackets sind grundsätzlich vormontiert. Die werden einfach abgeschraubt, diese Abstandshalter draufgeschraubt. Dann kommen hier diese Flügelchen dran. Genau die für AMD, was ich auch eben schon gesagt habe. Und dann einfach nur noch diese Rändelschrauben. Easy. Das erste, was wir jetzt natürlich machen werden, wir werden die Lüfter draufbauen. Ich habe mir das ganze Ding jetzt einmal gedreht, weil räumliches Denken ist jetzt nicht nur meine Stärke. Dann weiß ich aber ungefähr, wie ich die zu verteilen habe. Was ich ein bisschen kacke finde, muss ich wirklich sagen, das sind so Extraanschlüsse. Also ich mag das nicht, wenn die Lüfter mit nur einem Kabel irgendwie befestigt werden und das kein Standardkabel ist. Ihr seid also auf so eine Verteilerplatine oder Verteilerkabel angewiesen. Normalerweise könnt ihr einfach über einen Verteiler Mainboard anschließen, der Standard ist. Auch die Lüfter einzeln ansteuern, wenn ihr das wollt. Hier müsst ihr wirklich über so einen Adapter gehen. Ich glaube, den Grundgedanken habe ich jetzt gerade verstanden. Ihr habt den gleichen Anschluss. Also ihr müsst mal schauen. Ihr habt hier diese Luffis. Dann kommt hier das Kabel raus und ihr habt den gleichen Anschluss nochmal. Ich glaube, das ist einfach nur, um die untereinander zu verbinden. Dann ist es doch nicht so schlecht. Spart ihr viele Kabel. Wenn RGB-Beleuchtung und Lüftersteuerung über ein Kabel gehen. Ich glaube, da habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Aber so ist es halt, wenn man komplett in so ein Review reingeht und sowas das erste Mal auspackt. Wir schrauben die Dinger jetzt einfach mal fest. Ich habe hier wieder meinen kleinen Schrauber-Link. Den kennt ihr ja schon. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier festgeschraubt kriegen. Was ich gerade noch gesehen habe bei dem Pumpenkopf. Es ist egal, wie rum ihr den dann später drauf macht. Den könnt ihr einfach drehen. Das war das gleiche Thema, was ich eben sagte, dass ihr auch einfach das in der Mitte rausnehmen könnt, weil es euch vielleicht zu sehr spiegelt und dann dieses Plastik-Ding draufknallen könnt. Ja, und hier ist auch das, was ich mir schon dachte. Es spiegelt jetzt gerade ein bisschen. Die Lüfter werden untereinander verbunden und gehen dann über so ein Adapterkabel weg und dann halt in die Pumpe und von der Pumpe ganz normal aufs Board. Und dann geht das über ein weiteres Verteilerkabel, einfach aufs Mainboard, über den ganz normalen 5 Volt RGB-Anschluss oder ARGB-Anschluss. Ja, gut. Vergesst das, was ich eben gesagt habe mit dem Kabel, dass ich das kacke finde. Das scheint doch ganz gut zu sein. Ich habe zwar trotzdem Lüfter lieber, die man einzeln zusammenhängt, aber ist keine schlechte Lösung. So, und jetzt machen wir einfach das, was wir auch gesagt haben. Wir stecken quasi diese Kabel ineinander. Das heißt, ich muss mal gerade gucken, wie rum der kommt. Ja, so müsste passen. Und dann stecken wir den hier oben rein. Ja, ist drin. Easy. Kann man machen. Dann habt ihr nur das bisschen Strippe. Normalerweise hätte die halt zwei. Einmal für RGB und einmal für die Ansteuerung für den Lüftern. So, jetzt sind sie miteinander verbunden. Hier habt ihr einmal ein Kabel, da habt ihr ein Kabel. Eins bleibt übrig. Hier haben wir jetzt das bereits vorgebereitete Mainboard. Also die Brackets sind halt einfach ab, die sonst da drauf sind. Die Backplate ist drunter. Und jetzt machen wir einfach das, was drin steht. Wir schrauben jetzt einfach diese Schrauben da drauf, also diese Abstandshülsen. Es sind halt wirklich eins zu eins die gleichen Dinger wie beim AK400 und AK500. Finde ich gut. Kann man machen, dass man nicht so viele unterschiedliche Schrauben hat. Ist in Ordnung. Die schrauben wir jetzt einfach händisch da drauf. Ja, das ist soweit fertig. Die vier Dinger sind drauf. Jetzt wollen die quasi von uns, dass wir diese Belchigsehe, das ich hier schon habe, an dem Pumpenkopf festmachen für AMD. Das ist relativ easy. Hier habt ihr den Pumpenkopf und dann macht ihr die einfach so da drauf. Ihr seht schon, die Löcher passen dann und dann schrauben wir die jetzt einfach fest. Das war's schon. Jetzt ist das Ding fertig. Jetzt kriegt man aber diesen Deckel nicht mehr drauf. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht einsaue mit der Wärmeleitpaste, die voraufgetragen ist. Und nur nochmal zur Erklärung. Hinterher wird einfach dieser Pumpenkopf draufgesetzt und dann diese Rändelschrauben. Das war's. Dann ist die quasi fest. Also montagemäßig muss ich wirklich sagen, sehr einfach. Also kennt man halt. Ist nichts Besonderes, wenn man natürlich vorher zwei Luftkühler hatte, den AK 400 und 500, dann weiß man, wie sowas funktioniert. Da war es noch ein bisschen anders. Ja, aber es ist wirklich sehr easy. Kriegt jeder Laie hin. Die Anleitung ist super. Die gibt es, glaube ich, auch online als ganz normale PDF und so mit Animation und Video und Pipapo. Also das kriegt jeder hin. So, und jetzt kommen wir zu dem Gehäuse. Also wie gesagt, das Chacun TG7M. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Hat eine Meshfront. Hat hier vorne so abgesetzte, ja, wie soll ich die nennen? So Finnen. Sind nicht aus Metall, ist Kunststoff. Sieht aber relativ cool aus, weil es Anthrazit ist. Hier unten habt ihr noch diesen Schriftzug von Chacun. Wie sie es immer haben, sieht man jetzt vielleicht nicht so richtig. Hier unten ist auch noch so ein Schriftzug. Also das haben die ganz oft so. Auf der Scheibe ist noch Folie drauf. Nicht wundern, ist ein bisschen milchig. Von den Anschlüssen her haben wir einfach nur zweimal USB 3.0. Dann noch Kopfhörer, Mikrofon, USB-C. Ist auch mit dabei. Ist auch nicht bei jedem Case so. Und natürlich den Reset-Knopf und den An- und Aus-Knopf. Hier oben kann ein 360er Raddi rein. Genauso wie in die Front. Und das könnt ihr auch einfach abnehmen. Ist mit so Magneten festgemacht. Und da schrauben wir die auch gleich drin fest, sobald wir das Mainboard eingebaut haben. Die Seitenscheibe ist hier mit so Rändelschrauben festgemacht. Braucht er keinen Schraubendreher. Ist mittlerweile bei fast allen Gehäusen so. Macht da einfach die beiden Schrauben ab. Und dann könnt ihr dementsprechend einfach die Glasscheibe abnehmen. Ist jetzt nichts Neues. Wir haben aber eine Besonderheit. Oder was heißt Besonderheit? In dem Preissegment auch keine Selbstverständlichkeit. Hier ist ein RGB Luffy. Und hier vorne sind noch drei weitere. Also vorne ist auf jeden Fall dann gleich schön beleuchtet, wenn wir das System dann reingebaut haben und einschalten. Hier unten habt ihr ganz normal diese Netzteilbox. Da passt dann übrigens auch die PC-Check-Grafikkartenhalterung rein, wenn ihr die hier drauf stellt. Hier könnt ihr noch SSDs und sowas dann quasi hinterher festmachen. Ich habe ja jetzt nur eine. Aber das hier, das finde ich gut. Ihr erinnert euch vielleicht, wer das letzte Video gesehen hat zu diesem Aero-Cool-Cylon-Gehäuse. Diese Aussparung war einfach viel zu klein. Das heißt aber jetzt auch für mich, ich hätte das Mainboard schon einbauen können und hätte dementsprechend dann einfach hinterher die Wasserkühlungssachen da einbauen können. Also diesen Halterahmen auf dem Mainboard und so, weil hier einfach genug Platz ist. Da kommt man von hinten halt dran. Gut, bei der Wasserkühlung war es jetzt relativ egal. Aber es gibt Wasserkühlung, da muss man von hinten eine andere Backplate reinpacken. Hier wäre es kein Problem gewesen. Ihr habt dann noch so ein bisschen Kabelmanagement. Was ich vermisse, sind diese gummierten, ja er sagt schnell, diese Einsätze. Dass die Kabel schön durch diese Gummis durchgeführt werden, ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Wenn man es vernünftig macht, sieht es auch gut aus. Bin ich kein Typ für. Aber das vermisse ich ein bisschen. Aber das hat auch keine scharfen Kanten. Es ist wirklich alles abgerundet. Es ist auch relativ stabil. Es ist kein dünnes Blech. Gefällt mir soweit. Was ich bei meinem letzten Case Review komplett verpennt habe, war einfach Kabelmanagement. Und das zeige ich euch jetzt. Ich drehe es mal ein bisschen ins Licht. Dann seht ihr auch mehr davon. Kommen wir erstmal zu den Standardsachen. Wir haben hier eine Verteilerplatine für die RGB-Lufis. Ihr könnt sogar noch vier weitere mit anschließen. Also das sind nicht nur die angeschlossen, die da sind, sondern ihr könnt noch vier weitere draufpacken, wenn ihr das möchtet. Hier können zwei SSDs verbaut werden. Hier unten noch ein HDD-Käfig. Da könnt ihr eine HDD reinbauen. Hier unten kann noch ein Netzteil eingebaut werden. Hier sind so Abstandshalter aus Schaumstoff. Aber die sind nicht sonderlich weich, aber werden wohl ein bisschen die Schwingung dämpfen. Leider kein richtiger Schacht. Finde ich immer ein bisschen schade, wenn das wirklich so platt an dieser Blechwand ist. Aber ihr habt hier eine Menge Platz. Also ihr seht es hier. Ich kann es auch gleich gerne nochmal messen. Ja komm, ich bin Profi. Ich habe Zollstock. Ihr habt circa zwei Zentimeter Platz. Bis zur Außenwand ein bisschen mehr sogar. Ist okay. Ich wünsche mir mal ein bisschen mehr Platz. Gerade wenn ihr jetzt solche Verteilersachen drin habt, zum Beispiel von Corsair oder so. So ein Commander Pro. Den müsst ihr dann da unten irgendwo reinwerfen. Das könnte hier nicht so schön anbringen, weil dann wahrscheinlich der Platz nicht so gut reicht, wenn noch Kabel dran hergehen. Es ist okay. Es ist ein 100-Euro-Case. Also was soll ich sagen. Natürlich bekommt ihr bei einem 150- oder 200-Euro-Case auch noch so abgesetzte Dinger richtig geil und alles. Fehlt hier jetzt halt. Hinterher sehen tut ihr es sowieso nicht mehr. Außer durch diese Löcher hier, weil da halt kein Gummi vor ist, was ich eben schon gesagt habe. Aber für ein Huni geht's klar. Muss man sagen. Es ist jetzt kein Scheiß-Case. Es ist auch wie gesagt sehr stabil. Ja, sind jetzt halt Sachen, die mir fehlen. Ich vergleiche jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hart, weil ich dann im Hinterkopf habe, hm, wie ist das Kabelmanagement bei einem Be Quiet 802 oder so zum Beispiel. Das ist ein 100-Euro-Case. Die anderen Dinger sehen jetzt auch nicht anders aus. Also Silenzium-PC hat da jetzt auch keinen richtigen Schacht, wo ihr alles reinmachen könnt und so weiter. Deswegen, es ist schon okay. Schauen wir uns mal eben kurz die Box an, die da drin war. Richtig schön mit diesem Festplattenkäfighalter da reingepackt. Das hat sogar Löcher. Loll. Gucken wir mal, was hier in diesem Karton drin ist, der da unten versteckt war. Also eigentlich so Standard-Sach... Uh! Ah, das ist die... Ah! Das ist die Slot-Blende, die hinten reinkommt für die Grafikkarte. Ich glaube, ich habe für dieses Case von Shakun sogar einen Vertical-Mount-Kit gekriegt. Ich muss gleich mal schauen. Das wäre die normale Blende, die halt sonst hinten draufkommt. Da ist jetzt gerade ein Loch. Ich zeige euch das mal kurz. Da. Da kommt die quasi hinterher hin. Natürlich die Standard-Schrauben, die sonst so dabei sind. Und hier ist einfach nochmal so ein Verlängerungs-Verteiler-Kabel für die Lüfter. Und ansonsten ist das Ding auch leer. Gut. Was gerade rausgefallen ist, sind noch so ein paar Gummi-Dinger und ein paar Kabelbinder. Ja, das ist ganz nice. Kay war auch mit dabei. Ja, sie haben hier ein Vertical-Graphic-Card-Kit mit dabei gepackt. Das ist beim Case nicht dabei. Das müsst ihr extra kaufen. Ich hatte das mal ausgepackt und mir mal angeguckt. Und zwar ist es so... Hier war ich erst verwirrt, weil das ist für die CA-Series. Also das CA-300H oder das CA-300T. Ich habe ja selber das CA-300H. Da bin ich sehr zufrieden mit. Da wird das eingebaut. Oder aber wir klappen das Ding mal auf. TG7M. RGB. Und das haben wir hier stehen. Und da bauen wir das gleich auch ein mit dem RISER-Kabel. Das ist alles mit dabei dann. Gut, dass das Ding einzeln lag. Ich hätte das safe vergessen. Die Abstandshalter sind schon passend für ATX-Mainboards geschraubt. Ihr habt natürlich hinterher auch die Möglichkeit, irgendwie ein Mikro-ATX da reinzuschmeißen. Was ich euch nicht empfehlen würde, weil die Schrauben, die sind halt auch hier. Die Abstandshalter, die ihr dann dafür noch braucht, habt ihr dann quasi hier. Oder ihr schraubt die unteren einfach raus, setzt die ein Stück nach oben. Wir haben aber ein Full-ATX-Board, deswegen packen wir das jetzt da rein. Hier haben wir unser Board mit der bereits montierten Wasserkühlungs-Backplate, beziehungsweise mit diesen Abstandsschrauben. Die Backplate, die bleibt ja gleich. Natürlich könnt ihr sowas auch im Liegen bauen. Ich mache es jetzt einfach so, weil irgendwie sieht man das dann besser auf der Kamera. Sonst müsste ich die wieder auf ein Stativ stellen und so. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich setze es einfach so ein. Geht auch wunderbar. Zack, erste Schraube ist drin. Ganz easy. Das machen wir jetzt mit dem restlichen genauso. Ich sage euch, dieses Board, das hat schon so krass gelitten. Das war schon auf so vielen Testbenches und in so vielen Gehäusen, dass mir das noch nicht abgekackt ist. Das ist alles. Da seht ihr mal, wie viel wirklich Hardware aushält. Und ihr seht jetzt auch mal, wie viel Abstand hier ist. Mir ging es ja auch noch um das Thema Arctic-AEOs, weil die Arctic-AEOs sind deutlich dicker als normale. Und bei manchen Gehäusen passen normale 360er oben rein und die Arctic halt nicht. Ich messe das gleich mal aus, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich mache jetzt auch nicht wieder alle Schrauben rein. Es soll ja einfach nur halten und dafür reicht es aus. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue jetzt schon die Wasserkühlung rein. Das wäre jetzt so eine Idee. Und direkt den Pumpenkopf draufsetzen, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dafür nehmen wir jetzt einfach hier oben diese Abdeckplatte ab, halten gleich die Wasserkühlung hier unten drunter und machen von oben die Schrauben rein. Ähm, ja. Kennt ihr schon den hier? Kennt ihr den? Das ist tatsächlich nicht so geil. Ich habe hier sogar schon Lüfter abgebaut, weil ich es irgendwie versucht habe, so reinzukriegen, weil ich versuche es euch mal zu zeigen. Also die Idee war, die Wasserkühlung so da rein, dass er da oben quasi reinsinken kann. Ist nicht. Feierabend. Ähm, ja. Ich werde jetzt den Lüfter da ausbauen, dann sollte sie reinpassen, aber ganz ehrlich, optimal ist das nicht. Das ist eine ganz normale 360er. Klar, sie ist ein bisschen länger, aber die Schläuche kommen halt da raus und das bei anderen Wasserkühlungen genauso. Ähm, tja, was soll ich sagen? Finde ich ein bisschen kacke jetzt so. Und wir sehen hier nochmal auf der Verpackung, es ist halt eine 360er und man geht halt davon aus, dass sie instant passt. Gut, wie gesagt, nehme jetzt diesen, oder ich, ich nehme jetzt diesen Lüfter da vorne raus und dann schaue ich mal, ob ich die dann hochkriege und den Lüfter wieder reinkriege. Ah, hier ist übrigens nochmal, also wir haben ja hier schon, ich habe die Front abgenommen, hier ist ja Mesh, ne, ihr seht's ja, da ist ja so ein Muster. Hier hinter ist nochmal eine Filtermatte. Äh, finde ich gut, kann man machen, behindert natürlich ein bisschen den Airflow, aber den Staub hält es auf jeden Fall draußen. Ist auch einfach nur magnetisch festgemacht, könnt ihr so abnehmen. Und dann sind wir auch schon bei den Lüftern und den bauen wir jetzt raus. So, den legen wir jetzt einfach beiseite. Ich lege den einfach, soll ich ihn rauslegen? Ne, ich lege ihn hier so runter, so, und dann versuche ich jetzt, die Wasserkühlung da reinzukriegen. Ich habe übrigens eben schon ein bisschen rumgesaut. Irgendwie hat das Ding hier was auf den Tisch berührt und jetzt ist es schmierig. Ist aber nicht schlimm, wir nehmen die trotzdem weiterhin. Okay, das scheint, scheint zu gehen. Äh, ich glaube aber nicht, dass ich den dritten hier noch wieder einbauen kann. Mh, müssen wir gleich mal gucken. Ich schraube es erstmal fest, dann habe ich die Hände frei. Also, das hat jetzt soweit geklappt. Wir sind auch auf die äußersten Schraubenlöcher gekommen. Jetzt haben wir allerdings ein anderes Problem. Passt nicht. Wolle wohl? Ne? 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 Ich versuche es noch ein bisschen zu versetzen nach außen hin, aber so viel Platz ist da wirklich nicht mehr. Nun ja, also ich kriege den auf jeden Fall so nicht da rein. Ich kann auch mal versuchen... Bleib hier. Ich kann auch mal versuchen, den so da reinzutüdeln. Nö, ich muss den ein bisschen runtersetzen. Ist aber nicht schlimm. Die Möglichkeit haben wir bei dem Case, Gott sei Dank. So, ich habe den jetzt nach unten versetzt und jetzt passt der wunderbar da rein und den schrauben wir jetzt wieder fest. So, die ganzen Klamotten sind drin. Der Luffy ist drin. Hier oben der ist drin. Der auch, der auch. Auf den vorderen müssen wir eventuell verzichten. Es sei denn, ich versetze die alle noch ein Stück nach unten. Wobei das hier echt schon an Schlag ist. Ich schaue mal eben. Wisst ihr was? Wir müssen gar nicht verzichten. Ihr seht, die sind ja gerade von innen verschraubt. Also von hier so hier drauf. Wir packen die jetzt einfach hier draußen an die Platte, weil hier wirklich bei dem Ding noch richtig viel Platz ist. Und dann knallen wir die einfach davor. Das geht auch. Ich hätte auch die Wasserkühlung einfach in die Front bauen können. Auch, also ich muss sagen, sie geben an 360. Ja, passt rein. Aber mit ein bisschen hin und her halt. Das ist jetzt so das Thema. Wisst ihr was? Dieser Pumpenkopf, der geht mir jetzt die ganze Zeit schon hier auf die Eier. Ich packe den jetzt mal eben da drauf, dass er mir hier nicht die ganze Zeit rumbaumelt. Ja, die ist soweit montiert. Wie krass das einfach spiegelt. Das ist wirklich wie so ein, also so richtig Chromglanz. So, jetzt habe ich einfach die vier Schrauben festgemacht. Habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt, das läuft es. So, ich habe jetzt gerade den Akku von der GoPro getauscht. Der war echt schon wieder leer. Ich muss echt aufpassen, dass das Video nicht zu lang wird. Ich wollte noch was sagen. Und zwar ist mir gerade klar geworden, als ich hier vorne rumgebastelt habe. Natürlich hätte ich die Wasserkühlung direkt vorne einbauen können und hätte diese ganzen Problematiken gar nicht gehabt. Aber ihr müsst es aus Kundensicht sehen. Der Kunde kauft jetzt so ein Case. Bei dem Case steht ganz klar 360er Wasserkühlung passt oben rein. Ja, dem ist auch so. Aber ihr stößt dabei eben auf Probleme. Und diese Probleme möchte ich natürlich auch zeigen. Wenn ich so ein Case reviewe, dann sage ich nicht einfach so technische Daten. Ja, passt oben rein und bin fertig damit. Sondern ich zeige jetzt wirklich halt, wie es aussieht und was passieren kann, wenn ihr es eben so macht. Ich habe die Dinger jetzt hier umgeschraubt. Ihr seht, die Wasserkühlung ist drin. Passt jetzt. Der hintere ist auch drin. Die Schläuche sind drin. Alles super. Sehr, sehr knapp. Aber geht. Jetzt habe ich die nach vorne gebaut. Die drei Stück. Die sind jetzt auch drin. Alles super. Und die bieten euch hier auch noch die Löcher. Eben genau für diesen Fall. Also die Löcher sind da. Ihr könnt hier die Kabel durchziehen. Ganz easy. Habt super Kabelmanagement dann quasi vorne. Da kommt jetzt gleich wieder der Deckel drauf und dann passt das. Wenn die Lüfter drinnen bleiben, passt es nicht. Ihr seht, der Schlauch ist schon ziemlich nah dran. Der raschelt jetzt nicht so. Also hier ist alles frei. Alles super. Aber so ist es jetzt halt. Und das will ich eben auch aufzeigen bei so einem Case Review. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch eine 360er da reinzuballern, weil ihr dieses Case kaufen wollt, gekauft habt, wie auch immer, dann wisst ihr zumindest, okay, ihr müsst folgendes tun, damit das eben geht. Oder ihr baut es halt direkt in die Front. Geht auch. Vorteil an der ganzen Geschichte? Man sieht die Lüfter jetzt. Die sind ja RGB beleuchtet. Also eben konnte man die nicht so gut sehen. Da war ja nochmal eine Filtermatte zwischen. Die haben wir jetzt weggelassen. Jetzt sieht man sie direkt. Sind viel näher vorne dran. Ist okay. Und diese Kinkerlitz hier mit RAM einbauen und Netzteil einbauen, die lasse ich jetzt einfach weg. Das kennt ihr alle schon. Wenn mir irgendwas auffällt, werde ich die Kamera natürlich noch mal anmachen. Aber jetzt baue ich erstmal alles soweit ein. Und dann gucken wir uns gleich mal das Kabelmanagement an. So Dille. Verkabelung haben wir fertig. Ähm, was mir noch großartig aufgefallen ist, weiß ich nicht. Irgendwie, also hier oben ist halt sehr viel Platz. Also ich bin wirklich überall dran gekommen. Ich habe den einen Lüfter noch vergessen. Hinten, das mache ich gleich noch. Egal. Ähm, ich habe hier die SSD drin. Das hat auch alles super funktioniert. Hier hat man auch genug Platz. Manchmal hat man das so, dass die Kabel so abknicken. Aber hier ging es tatsächlich. Hier ist einfach nur der ganz normale Verteiler. Ist ja klar. Bei der Wasserkühlung habe ich jetzt einfach die Lüfter, die da drin sind, mit der Pumpe verbunden. Ihr habt aber noch die Möglichkeit, diesen Splitter hier zu benutzen. Der ist dabei. Dann habt ihr hier einfach nur Stromanschluss, also SATA-Anschluss. Dann habt ihr hier diesen Anschluss, wo ich eben meinte, dass der so properitär wäre für die Lüfter. Was ja auch so ist. Aber der geht dann über den Verteiler ganz normal auf 5 Volt ARGB. Also klar, ihr könnt die Lüfter jetzt nicht einzeln für was anderes benutzen oder so. Aber mit diesem Adapter hier könnt ihr die auf jeden Fall über das Mainboard steuern. Habe ich jetzt gelassen. Wird gleich Regenbogen leuchten, weil es über die Pumpe gesteuert wird. Aber das ist soweit okay. Wann hat der sich denn aufs Maul gelegt? Setz dich mal wieder hin, Kollege. Hallo. Alter. Ey, sag mal. Ja, dann eben so. Ansonsten, ja, sind wir soweit fertig. Jetzt mache ich noch dieses Vertical Mount Kit rein, was ich ja von Schakun bekommen habe, dass wir die Grafikkarte quasi hochkant einbauen können. Also bei dem Vertical Mount Kit ist es einfach so, wir haben hier so ein kleines Stückchen Rahmenhalter, ein paar Schrauben und eben das Riserkabel. Und das soll dann dementsprechend hier montiert werden. Das ist ja schon passiert. Also das Case wurde ja schon ohne Blech hinten quasi so montiert geliefert. Das Blech war natürlich dabei. So, und dann soll einfach nur dieses Riserkabel dabei. Unten dann dieser Abstandshalter und dann dieses Blechli und das da drauf. Und dann bauen wir die Grafikkarte rein. Und ich hatte mich schon gewundert, wofür diese beiden Gewinde hier sind. Jetzt weiß ich's. Jo, passt. Wunderbar. Sah jetzt ein bisschen hakelig aus, ist bei mir aber immer so. Ich mache immer die rabiate Methode. Jetzt machen wir hier oben noch die Schraube rein. Zack. Eigentlich gehört da noch eine zweite rein, aber ich bin jetzt einfach faul. Jo, und schon steht der Bums. Grafikkarte hochkant eingebaut. Hier ist das Riserkabel, was in den PCI Express Slot geht. Die Lüfter dürfte ich alle angeschlossen haben. Was ich noch cool finde, wollte ich noch sagen, sind diese Abstandshalter. Sollten mal mehrere Hersteller machen, dann sieht's schön gleichmäßig aus. Wisst ihr, wenn ihr jetzt hier so diese Dinger habt. Sieht relativ gut aus. Gut, hoffen wir, dass die Kiste funktioniert. So, die ganze Kiste steht. Ich will jetzt eben noch die Folie abziehen, weil das ist ja immer ganz nice, wenn man das so macht. Moment. So. Oh, ist das herrlich. Guckt's euch an. Ganz schön widerspenstig die Folie. Tatsächlich. Sehr gut. Okay, so. Ja, das System steht. Klar, jetzt ist die Scheibe drauf. Man sieht jetzt nicht mehr so krass viel. Aber ich starte den jetzt das erste Mal. Strom ist dran. Bildschirm ist dran. Netzwerk ist dran. Maus ist dran. Tastatur noch vergessen. Ja, gucken wir, was passiert. Der erste Launch. Er läuft an, aber leuchtet noch nicht. Also Grafikkarte dreht. Der da hinten dreht auch. Das Logo leuchtet. Wisst ihr, was Weltklasse ist? Wenn man den RAM vergisst. Wahnsinn. Ich hab einfach den RAM vergessen. Aber die Dinger da oben leuchten noch nicht. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Ich hab aber echt einfach den RAM vergessen. Aber jetzt können wir zumindest schon mal grob gucken. Schaut mal. Das sieht doch ganz nice aus, oder nicht? Ähm, ja. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Dinger da oben zum Leuchten bringe. Aber ein Bild haben wir auf jeden Fall auch schon mal hier. Ja, jetzt doch da. Wunderbar. Ähm, die drehen und leuchten nicht. Muss ich mich gerade nochmal drum kümmern. Es ist etwas passiert. Ich habe gesündigt. Ähm, eigentlich hatte ich ja das Full-ATX-Board reingebaut. Äh, das ist mir abgeraucht. Scheiße. Es liegt jetzt hier vorne. Äh, ja. Ruhe und Frieden. X570 Gigabyte Aorus Elite. Ich musste tatsächlich ein Micro-ATX einbauen. Das war das Einzige, was ich noch hier liegen hatte. Hab ein BIOS-Update gemacht, dass auch, ähm, quasi der 5800X trotzdem drauf läuft. Funktioniert auch alles. Das ist jetzt ein Asus Prime A320 M-K. Ja, funktioniert. Ist okay. Aber, äh, ja. Das hat jetzt wirklich dann nach so vielen Tests das Zeitliche gesegnet. Keine Ahnung, was damit ist. Vielleicht kriege ich auch noch mal zum Laufen irgendwie. Aber wir müssen jetzt mit Micro-ATX arbeiten. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Für die Tests reicht das natürlich. Wir wollen natürlich auch sehen, was die Wasserkühlung kann. Aber, äh, es ist jetzt zwei Tage später. Ähm, ja. Das Video sollte eigentlich auch schon etwas eher kommen. Aber, wie gesagt, geht halt nicht, wenn was kaputt geht. So ist es halt. Egal. Wir schauen uns das jetzt an. Eine Sache noch. Dieses Mainboard, auch ein Nachteil von solchen Mainboards, ist, ähm, das hat nur einen Anschluss für Systemlüfter und einen für CPU. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, wir arbeiten jetzt mit einem Verteiler, weil wir eben so viele Lüfter haben. Und die drehen jetzt dauerhaft auf 100%. Dementsprechend wird die Kiste gleich laut sein. Aber für die Ergebnisse reicht das trotzdem. Weil, wenn die CPU warm wird, dann dreht die auch auf 100%. Von daher ist das relativ peng. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. So, jetzt machen wir die ganze Kiste mal an. Ihr hört es wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob man das jetzt laut hört. Aber das Rauschen ist auf jeden Fall da. Aber guck mal, wie geil das aussieht. Gerade, weil jetzt auch die Lüfter so weit vorne sind. Hier oben leuchtet jetzt auch alles. Funktioniert. Der fährt auch gerade hoch. Aber es ist schon laut. Ich gehe mal mit dem Mikro ein bisschen dran. Also man hört es natürlich schon. Klar, läuft jetzt auf 100%. Ist nicht dauerhaft so. Wenn die ganz normal zockt und so, wird es nicht so laut sein. Aber immerhin bekomme ich damit ein Bild. Also ich habe hier gestern echt noch, ihr seht es, das ist ja meine kleine Werkstatt hier quasi. Ich habe gestern noch viel ausprobiert, gemacht, getan und ich habe es dann doch noch zum Laufen gekriegt. Sonst hätte ich jetzt auf ein neues Board warten müssen. Aber es sieht doch ganz nice aus, oder? Auch hier mit der RGB-Beleuchtung auf dem Pumpenkopf. Klar, es spiegelt jetzt ein bisschen wegen der Scheibe. Aber es sieht doch ganz gut aus. Ich würde jetzt einfach mal mit einer E-Zigarette reinpusten. Also vorne reinpusten. Da seht ihr mal den Airflow. Da geht richtig was durch. Da geht richtig was durch. Das macht richtig Spaß. Guckt euch das mal an. Es ist so geil. Vielleicht mache ich es nochmal von vorne so ein bisschen. Ja, das bockt richtig. So können wir testen. Jetzt hauen wir wieder, wie immer, den Cinebench R23 an. Und dazu habe ich Info, dass wir die Temperaturen sehen. Also hier im Idle haben wir jetzt so, ja, ungefähr um die 35 bis 40 Grad, je nachdem. Wir haben hier eine Raumtemperatur von 19,7 Grad, also glatt 20 Grad. Und jetzt lassen wir mal den Cinebench rennen. Wir lassen jetzt hier ganz normal den Multicore rendern und dann schauen wir uns die Temperaturen an. Der ist jetzt im Moment so bei 70. Also ihr seht das quasi hier oben immer. Das ist die Gesamtzahl 70 Grad. Das ist meistens so der höchste Wert. Ihr seht, einige Kerne sind auch drunter. Der haut sich gerade so um die 116 Watt rein, beziehungsweise Gesamtleistungsaufnahme ist 140 Watt. Das hatten wir ja sonst auch immer so 142 bis 144 Watt. Das ist halt, ja, der 5800er ist, glaube ich, mit 105 Watt angegeben, knallt sich aber trotzdem die 140 rein, wenn er unlimitiert läuft und unter Verlast ist. Und das Ding, das lassen wir jetzt einfach mal 10 Minuten laufen. Dann gucken wir uns gleich die Temperaturen an. Währenddessen können wir auch die Lautstärke testen. Ich mache jetzt so einen Abstand von 15 Zentimeter ungefähr. Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, schon locker flockig. 53 Dezibel. Man muss aber natürlich dazu sagen, die läuft jetzt wirklich unter 100 Prozent. Ich kriege die auch nicht runtergeregelt im Bios. Ich habe schon ausprobiert und dementsprechend müssen wir jetzt erstmal damit leben. Das ist halt die Maximalleistung der Wasserkühlung. Die wird natürlich im realen Betrieb nicht sonderlich laut. Das ist klar. Normalerweise wird sowas ja immer temperaturabhängig gesteuert. Und wenn der Prozessor, sage ich mal, bis 70 oder 80 Grad geht, dann ballert die noch nicht 100 Prozent. Das geht meistens so ab 90, 95 Grad los. Da wird die dann richtig laut. Aber das werdet ihr wahrscheinlich so real nie erreichen. Es sei denn, ihr habt jetzt irgendwie ein 12900K oder so von Intel. Da kann das durchaus mal passieren. Oder die neuen AMD-Generationen, also die 7000er-Serie, die werden auch gerne sehr warm. Da kann das dann auch lauter werden. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, den 5800X. Der ist sowieso ein bisschen schwieriger zu kühlen, weil er eben so ein komisches Kerndesign hat mit den Chips. Aber wir werden uns das Ergebnis gleich anschauen. Und wenn der, sage ich mal, so bis 80, 85 Grad geht, dann ist das eigentlich noch okay. Wir können jetzt gerade mal einen kurzen Zwischenstand machen. Wir haben jetzt hier das Ding seit ungefähr dreieinhalb Minuten am Laufen. Der ist hier noch brav am Rendern. Und wir sind jetzt hier im Maximum so bei 73,8 Grad. Also das ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Und ich muss auch sagen, ich finde das Gehäuse echt schick. Also ich würde es mir tatsächlich auch dahin stellen, wenn ich jetzt nicht schon das CH300H hätte. Aber das ist schon okay. Wäre noch cool gewesen, wenn das hier wirklich aus Metall wäre. Ist leider Kunststoff, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und das ist jetzt einfach so ein RGB-Profil. Ihr könnt natürlich auch statisch blau, rot, pink, was auch immer ihr da haben wollt, irgendwie da reinmachen. Und das ist auch alles schön synchron. Der Pumpenkopf, der leuchtet auch brav vor sich hin. Wunderbar. Und da das Mainboard keine eigene RGB-Steuerung hatte, hatte ich mir einfach so ein Set gekauft bei Amazon. Da kann man dann 5 Volt vorgeben. Also wenn das Mainboard das nicht hat, dann kriegt man so eine kleine Fernbedienung dazu. Wir können es auch auf grün schalten, wenn wir das wollen. Oder auf blau. Oder hier so pink, lila, was ihr gerne wollt. Man kann die Helligkeit hier noch einstellen. Man kann den Modus einstellen. Da kann ich jetzt so durchgehen. Also das funktioniert alles ganz hervorragend. Natürlich könnt ihr das, wenn ihr jetzt ein Mainboard mit RGB-Steuerung habt, ganz normal über die Software steuern. Aber da dieses Mainboard das nicht hat, nehme ich einfach die Fernbedienung. Und was ich auch noch sagen muss, ich musste natürlich dadurch, dass ich das Board getauscht habe, den Prozessor auch einmal runternehmen. Und konnte dementsprechend nicht nochmal die gleiche Wärmeleitpaste nehmen, die schon voraufgetragen war. Ich habe jetzt so eine 0815 genommen. Und keine Kryonaut oder so, die noch bessere Temperaturen erzielt, sondern einfach, das ist glaube ich von dem LC-CC120, steht sogar drauf. Habe ich da drauf geschmiert und dann war gut. Das ist jede herkömmliche Wärmeleitpaste. Auch die Arctic MX4 oder so könnt ihr da auch nehmen. Das geht dann schon. Also das wird jetzt nicht so krass die Ergebnisse verfälschen. Jetzt haben wir schon 8 Minuten rum. Das geht ja mal 10 Minuten lang, so ein Test. Und wir sind hier ganz geschmeidig bei 74 Grad in der Spitze. Das ist immer der Maximalwert hier vorne. Ja, 74 Grad ist halt Träumchen. Wie gesagt, ballert auch auf 100 Prozent, aber gut, funktioniert auf jeden Fall. Hier unten ist auch nochmal ganz schön zu sehen, der Peak mit 144 Watt. Jetzt gerade haut er sich auch die 144 rein. Das ist also wirklich schon eine ganze Menge. Übrigens, die Grafikkarte wird jetzt natürlich nicht großartig belastet. Deswegen drehen die Lüfter auch nicht. Also die hat da so eine Einstellung drin, wenn sie unter 30 Grad oder so ist, dreht sie gar nicht. Der Abstand zur Scheibe, habe ich eben gemessen, sind circa 1,8 Zentimeter. Das reicht schon aus. Es hätte ein bisschen mehr sein können. Wenn ihr jetzt noch eine fettere Grafikkarte habt, müsst ihr natürlich gucken, wie das hinhaut. Aber mit einer 2060 Super jetzt zum Beispiel funktioniert das auf jeden Fall. So, wir sind in den letzten 5 Sekunden. Dann ist der auch gleich durchgerendert hier. Und wir haben eine Maximaltemperatur von 74,5 Grad. Wenn ich den jetzt noch ein zweites Mal rennen lassen würde, würde er wahrscheinlich 76 oder 77 Grad stehen. Das ist aber durchaus ein guter Wert. So, hier unten steht noch Running. Da müsst ihr jetzt aber auch gleich durch sein. Jo, da sind wir. 13.981 Punkte. Das ist soweit okay. Und ja, hat Astra in Stand gehalten. Sinkt jetzt auch wieder sehr schnell die Temperatur. Man sieht sie ja. 54 Grad. 51. Super Sache. Jetzt werden einige natürlich sagen, ey, der normale Score sind doch 15.000, nicht 13.700 oder was das war. Ja, klar. Wir hatten aber auch noch Software offen. Discord lief noch im Hintergrund. HW-Info lief noch im Hintergrund. Das passt soweit schon. Er hat auf jeden Fall thermisch nicht gedrosselt. Die Wasserkühlung ist für den Prozessor mehr als geeignet. Klar. Und wird wahrscheinlich auch für den 12.700K und so ganz locker ausreichen. Und ja, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Test. Wenn ihr die gewinnen wollt, wie gesagt, ich hab hier noch ein komplett original verschweißtes Kartönchen stehen. Einfach ein Kommentar da lassen. Däumchen nach oben. Und bitte nicht nur Hallo schreiben. Ihr wisst das ja. So ein kleiner Text wär ganz schön. Dann weiß ich auch, was ihr von diesem Video gehalten habt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.